Ich fahre gerade zu MotoG24.de und bringe ein paar Autogrammkarten vorbei, wie ihr auch zu euren Autogrammkarten, das alles erfahrt ihr nach dem Intro. Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Zink hier wieder mit einem neuen Video. Also, unterwegs, auf den Straßen, auf Mission, um für euch zu vloggen. Ich fahre gerade in den MotoG24.de Shop und habe mal so Autogrammkarten vorbereitet. Und ich werde jetzt zu jeder Bestellung, die von MotoG24.de ausgeht, eine Autogrammkarte mit reinpacken. Es wurden ein paar Helme bestellt, Icon, Warrior und Construct Helme, so wie ich die auch habe. Da ich noch keinen Sticker-Merge habe, kann ich euch keine Sticker zuschicken. Autogrammkarten gibt es jetzt zu jeder Bestellung, mit dem Rabattcode Zink eingelöst wurde. Zu Erinnerung, Rabattcode Zink, egal, groß, klein, geschrieben, passt alles, bekommt ihr auf MotoG24.de 5% Rabatt auf den gesamten Einkaufen. Ich selber verdiene daran nichts, neulich war es auch im Livestream. Und hier, Product Placement Zink, verdient das daran. Wäre schön. Würde ich was daran verdienen, würde ich das auch offen hier sagen. Ihr seht ja auch, dass ich Wärmung einblende. Krass, ich sehe gerade, ich habe die 11.000 Kilometer Marke geknackt. Ich habe das Motorrad mit keinen 4.000 Kilometern gekauft. Und das diese Saison. Also, wann war das? Juni, Juli oder so. Ja, und bin nicht wenig gefahren. Fühlt sich gerade voll komisch an, als wäre ich auf ein Business Meeting eingeladen. Nein, ich bin selber mit den Jungs so gut. Ich habe jeden Tag, jeden Tag über WhatsApp oder über das Telefonieren Kontakt zu denen. Ich bin auch öfters mal in dem Shop selber, also da könnt ihr mich auch schon mal treffen. Ich fahre da jetzt hin, weil ich einfach Bock habe, weil ich mich da jetzt hingesein werde. Mir eine Red Bull oder sowas gönnen werde, auf deren Kosten. Und einfach mal ein Smart Talk halten, Leute. Das sind so sympathische Leute. Ach so, das sind selber Motorradfahrer. Das sind nicht Verkäufer. Geschuttes Personal und hier, wie das Ganze heißt, mirroring, spiegeln. Und verkaufen. Nein, nein, er legt da echt viel Wert drauf, dass der Kunde zufrieden ist damit, was er bekommt. Und auch nur das bekommt, was er braucht und will. So war das bei mir genauso. Ich habe ja mein Icon Hemd, mein Orient auch dort gekauft. Naja, Leute, Zink ist da. Ich würde mal schauen, was sich jetzt hier machen lässt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich stehe vor dem motorgear24.de Shop in Schenefeld im Kiebitzweg 41. Ich habe Neuigkeiten für euch. Hier, Bäm, Zigarettsink. Und zwar habe ich jetzt die Aktion verlängert bekommen. Die 5% Aktion wird jetzt weiterhin laufen. Und zwar, kurze Erinnerung, ihr bekommt auf motorgear24.de für alles, was ihr kauft, 5% Rabatt. Erstmal ohne Laufzeit, sprich, der Gutschein ist nicht befristet, wird jetzt länger laufen. Und das Tolle ist, die Bestellung, die jetzt ab sofort raus geht, bekommen noch von mir eine Autogrammkarte. Ja, die erste Autogrammkarte habe ich schon unterschrieben. Die Bestellung geht jetzt raus. Und er bekommt jetzt von mir noch ein paar Autogrammkarten, die schon unterschrieben sind. Die werde ich in seinen Shop dalassen. Und sobald Gutscheincode Zink eingelöst wurde, packt er die mit zur Bestellung. Ich finde das geil, dass ich euch davon was wiedergeben kann. Durch die Reichweite, die ich mittlerweile erreicht habe, dank euch. In dem Sinne hoffe ich, dass ich weitere Deeds für euch ausgehandelt bekomme. Für jetzt alle unter euch, die sagen, oh, guck mal, Zink verdient dadurch Geld oder ähnliches, weil er über Motorgear eine Gutscheinaktion macht. Ganz ehrlich, ich verdiene an der ganzen Sache keinen Cent. Wirklich, ich verdiene keinen Cent daran. Wenn ich was daran verdienen würde, würde ich das persönlich auch überhaupt nicht schlimm finden, weil ich mir schlussendlich die Mühe mache, die Zeit und die Arbeit. Und wow, ich habe Papa mal grüßt und für euch was auch zu handeln. In dem Sinne, ihr Landratten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Mich würde es mal interessieren. Dann möchtet ihr weiterhin solche Aktionen oder ähnliche Aktionen bzw. Kooperationen mit Filmen und Shops, dass ich die eingehe und für euch so Deals aushandele. Lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch, wenn ihr sowas haben wollt. Und in dem Sinne zum zweiten, auf Wiedersehen, euer Zink. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.